Musik Für meine Sportart, für SliceKlety benötigt man folgende Fähigkeit und zwar mentale Stärke und eben derjenige, der immer weitermacht und immer weiter trainiert und immer weiterkämpft, kann sich auch durchsetzen. Musik Zu diesem Sportart bin ich gekommen, indem ich Anfang 2011 oder 2012 auf den Solveglas-Schulweg gegangen bin und dort habe ich mal bei den Bundesjugendspielen mitgemacht und wurde dann von den Lehrern zur TVP weitergeleitet. Musik Mein emotionalster Moment im Jahr 2018 waren nicht die Wettkämpfe, würde ich sagen. Es war mein Abschied von meiner Familie, wenn ich in die USA gegangen bin, von meinen Freunden. Das war der emotionalste Moment 2018. Musik 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 Musik